Die Aktion Tapetenwechsel soll den Münchner in die Stadt bringen, zu uns in die Hotels. Und da haben wir uns gedacht, wenn der Münchner dieses Jahr Urlaub zu Hause macht, dann kann er das doch auch bei uns machen. Und wenn er ein Hotel dazu wünscht, dann kann er zum Urlaub machen, in die Münchner Hotels kommen. Darum haben wir die Aktion gestartet. Ich denke, es ist für viele Münchner von Vorteil, wenn sie mal ihre Stadt einfach auch aus der Sicht eines Reisenden betrachten können. Man hat einfach auch mal Abstand von zu Hause und man kann einfach auch mal den Tag ganz anders gestalten, als irgendwelche Zwängen, dass man wieder nach Hause muss am Abend. Im Platzelhotel bekomme ich natürlich die super Lage, die wir haben, mitten in der Innenstadt. Man ist ja direkt in der Stadt, also sehr zentral. Zentraler geht es fast nicht. Und man ist sozusagen am schönsten Platzel in München. Dann kann man natürlich alles machen, was man sonst gerne in der Stadt macht. Man kann unsere Wirtshäuser genießen, man kann einen Trink nehmen an unsere Außenbahn. Aber man hat auch kurze Wege zu den Museen oder zum Eisbau oder zum Englischen Garten, wenn man das machen möchte. Also man kann hier das Platzelhotel als Mittelpunkt nehmen, um alle möglichen diversen Aktivitäten zu starten. Die Nähe ist im Englischen Garten, die gute Anbindung am Ring und an öffentlichen Verkehrsmitteln und ähnliches mehr sind unsere Stärken. Und dann natürlich der international bekannte Standard der Marriott-Kette. Ja, liebe Münchner, kommt in eure Stadt, macht Urlaub in eurer Stadt, genießt den Sommer in der Stadt und informiert euch, wo ihr teilnehmen könnt, wie ihr bei der Aktion dabei sein könnt. Dazu geht es ja am besten auf münchen.de slash tapetenwechsel. Da sind alle Hotels aufgelistet mit den Preisen, wo sie sind. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Untertitelung des ZDF für funk, 2017